Laufst du schon? Ja. Also man läufst schon mal. Ne, da war ich noch nicht vorbereitet. Wir von Oldenburg 1 wünschen euch ein frohes Fest, vor allem den, bei dem es nicht so leicht oder harmonisch sein kann. Ich wünsche mir fürs kommende Jahr möglichst viele Sendungen mit mir. Wir von Oldenburg 1 wünschen allen Zuhörern ein gesegnetes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Die Sportredaktion und das gesamte Team von Oldenburg 1 wünscht allen unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, den Sportlerinnen und Sportlern und auch denen, die nicht ganz so sportlich sind, ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein hoffentlich sportliches 2020. Ja, jetzt sitze ich wieder hier, weil ich genötigt worden bin, zu sagen, natürlich wünsche ich auch Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr und frohe Weihnachten. Ich wünsche allen O1-Zuhörern und natürlich auch allen anderen ein frohes Fest und einen super guten Rutsch ins neue Jahr. Das war schon, Jungs. Kurz und knackig und fertig. Ich wünsche allen, die mich kennen, fröhliche Weihnachten und an die, die mich nicht kennen, ja, eigentlich auch. Wir wünschen von O1 allen unseren Zuschauern und allen, die uns mitbegleiten, entweder als unsere Produzentin oder als ehrenamtliche Mitarbeiter. Ein gutes und friedliches Miteinander und natürlich für 2020 Respekt und Toleranz und glücklich sein. Fürs nächste Jahr wünsche ich mir, dass alle Menschen rücksichtsvoll miteinander umgehen. Und ich hoffe, dass ich nächstes Jahr nicht allzu oft die Formulierung 2020 hören muss. Und einen guten Rutsch in das neue Jahr 2020. Bleib steil! Bleib steil! Bleib steil!